Das werde ich nie vergessen, diesen Tag, wo die Frau im Ausländerbehörde gesagt hat, Herr Denditsch, wollen Sie die deutsche Staatsangehörigkeit? Und ich, wie bitte? Völlig unverhofft wird der Traum für Aladin und Amira wahr. Das war einer der glücklichsten Momente für mich und meine Frau. Ich heiße Aladin, bin 38 Jahre alt, komme aus Bosnien und alberte hier bei der Deutschen Bahn. Aladin lebt bereits als Schulkind in Deutschland. 1992 flüchtet seine Familie vor dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Nach Ende des Balkankonfliktes muss er Deutschland wieder verlassen und zurück in seine Heimat. Ein schwieriger Schritt. Als ich zurück war, habe ich mich eigentlich gar nicht so wohl gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht hierher, weil ich hatte auch keine Freunde, keine richtige Verwandtschaft. Alles, was ich aufgebaut habe, musste ich hinter mir lassen. Nach dem Schulabschluss lernt Aladin seine Frau Amira kennen. Auch ihre Familie war vor dem Krieg geflohen. Beide haben denselben Traum, nur zurück nach Deutschland. Das gelingt über ein Studium. Das Paar schreibt sich an der Uni Mannheim ein, doch Aladin bricht sein Informatikstudium ab. Der frischgebackene Vater kümmert sich um seinen Sohn. Wir wollten unbedingt, dass einer wenigstens die Uni fertig macht und so war es auch. Meine Frau hat sich bemüht, hat es durchgezogen. Ich habe mehr auf den Kleinen aufgepasst und danach erst, wo wir die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen haben, durfte ich auch dann Vollzeit arbeiten und ja, dann hat es sich wirklich alles nach Positiven gerichtet. Wichtig für euch? Seid ihr Studierende aus Drittstaaten, dürft ihr während des Studiums in Deutschland höchstens 120 Tage im Jahr arbeiten. Ansonsten braucht ihr eine spezielle Genehmigung von der Bundesagentur für Arbeit. Oder ihr bewerbt euch an der Uni als studentische Hilfskraft. Aladins Traum war die deutsche Staatsbürgerschaft. Eure auch? Ein gesicherter Lebensunterhalt und genügend Deutschkenntnisse sind entscheidende Voraussetzungen. Was sonst noch wichtig ist, haben wir euch unten verlinkt. Aladin hat seinen festen Job bei der Deutschen Bahn bekommen. Zunächst als Facharbeiter in der Fahrzeuginstandhaltung. Doch er will mehr und ist engagiert. Schon nach wenigen Jahren gibt sein Arbeitgeber ihm mehr Verantwortung und befördert ihn zu einer Stelle in der Verwaltung. Hallo Mann. Doch, ich habe hier eine Anfrage aus der Zentrale. Zu dem Material, die finden da die... Aladin hat sich in Deutschland alles Schritt für Schritt erarbeitet und nie aufgegeben. Seine Familie kann sich kein Leben mehr woanders vorstellen. Aber ihr braucht einen klaren Plan, sagt der gebürtige Bosnier. Der wirklich ein Ziel vor den Augen hat, wie ich damals und meine Frau, die nach Deutschland kommen möchten, sollten gleich unten in Bosnien anfangen, Deutsch zu lernen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich kenne sogar einen jungen Mann, der hat auch ein Ziel, nach Deutschland zu kommen. Und der macht sich wirklich jeden Abend als Aufgabe, Deutsch zu lernen, zwei, drei Stunden täglich. Und sein Deutsch ist wunderbar, der redet super, der war kein Tag hier in Deutschland vorher. Aber ich meine, wenn man sich Mühe gibt und man möchte das wirklich durchziehen, da kann man alles schaffen. Wollt ihr mehr Erfolgsgeschichten vom Ankommen in Deutschland sehen? Dann klickt hier. också dann